Grüßt euch und willkommen zu einem wichtigen Infovideo, denn es handelt sich hier um das Nintendo Switch Infovideo. Ja, morgen ist Release Day, die Konsole habe ich schon einen Tag vor mir, äh, einen Tag vor dem Release hier rumstehen, werde aber erst morgen es mit euch zusammen, sag ich mal, vorstellen, sprich, wir werden auf sehr viele Sachen, äh, sag ich mal, eingehen. Also morgen und übermorgen ist sozusagen der Nintendo Switch Release Day für mich, beziehungsweise, ähm, für euch natürlich auch, wenn ihr die Konsole habt oder noch am spekulieren seid, ah, soll ich mir noch holen oder soll ich nicht holen, seid morgen einfach am Start und zwar auf meinem Twitch-Livestream-Kanal, findet ihr in der Videobeschreibung hier, könnt ihr mal rein joinen, ab 12 Uhr, guys, geht die ganze Party ab. Was wird gemacht? Ganz einfach, wir werden erstmal die Konsole natürlich, ähm, ja, auf die Nieren testen, ne, also komplett drum und dran, also erstmal eine kleine Vorstellung der Konsole, was alles drin ist, ein kleines Unboxing-Video, whatever, im Livestream halt, halt, das Ganze. Ich habe mir halt noch den, ähm, Game, äh, äh, den, ähm, Joystick noch geholt, und zwar den, wie heißt der hier, Nintendo Switch Pro Controller, also der ist noch am Start, den habe ich mir auch gegönnt, den werden wir uns auch mal reinziehen, Vorteile, Nachteile, whatever. Spiele werden wir natürlich auch spielen, das ist ja das, die Hauptthematik, und zwar Zelda 1, 2 Switch und Super Bomberman R. Das werden wir auf jeden Fall anspielen, sag ich mal, uns, mal, äh, sag ich mal, morgen, also freitags und samstags, sag ich mal, gönnen, wie wir das Ganze aufteilen, also, wann wir wann spielen, ja, seid einfach da, Freunde, lasst euch überraschen, das wird eher so, sag ich mal, spontan entschieden. Fakt ist, äh, morgen und übermorgen ist das Ganze am Start, also vom 12 Uhr bis Open End. Also ihr könnt sozusagen bestimmen, wie lange der Stream geht, wenn viele Leute da sind, werden wir natürlich richtig krass rumgurken, sag ich mal, rumrocken. Generell sind das eigentlich 12-Stunden-Streams, zweimal 12 Stunden, habe ich geplant. Und, äh, falls es doch mehr wird, weil die, äh, Leute voll am eskalieren sind, dann machen wir halt mehr. Noch eine kleine Randinformation für unsere Pokémon-Fans unter uns, Double S-Coins und Double Q-Coins dieser Zeit, ne, also, es hat das Ganze, die Tenno-Switch hat jetzt diesmal nichts, großartiges mit Pokémon zu tun im Stream, aber im Hinterkopf behalten, ihr kriegt, so lange ihr auf dem Kanal rumgurkt, Double S-Coins, ne, und Double Q-Coins, Freunde. Und die VIP-User bis zu achtmal so viele S-Coins. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschnuppern, Freunde. Es ist immerhin der Released von einer Konsole, das ist ja auch nicht jedes Jahr oder jeden Monat, sondern hier war es, glaube ich, fünf oder sechs Jahre, whatever, keine Ahnung, so ungefähr. Ähm, sieht man halt, ne, ist halt nicht so oft, sag ich mal, und dann soll man auch mal ein bisschen feiern, Freunde, ne. Also seid auf jeden Fall am Start, würde ich mich freuen. Teilt diese Information mit euren Freunden, dass sie auch am Start sind. Und, ja, wir sehen uns morgen im Livestream, Freunde. Morgen ab 12 Uhr geht die Party ab. 12, 13 Uhr so ungefähr, aber eigentlich eher 12, hau ich den Stream schon raus. Um 13 Uhr, denke ich mal, wenn, wird das erste Gezocke sein, beziehungsweise von 12 bis 13, werde ich erstmal einfach die Konsole mal vorstellen, ne. Einfach mal kurz reinschnuppern, was das alles ist. Also, Guys, wir sehen uns. Falls ihr Fragen habt, hier schnell unterm Stream, äh, sag ich mal kommentieren. Sonst, wie gesagt, teilen, teilen, teilen das Video. Zeigt der Welt, wo wir eskalieren. Bis hierhin, euer Zacharias. Tschüss.